Halli... Ja. Hallihallo ihr lieben Leute von heute. Herzlich willkommen zurück zu Leon macht Blödsinn. Sehr schön. Danke fürs Hilfen. Jetzt gehts weiter mit Resi 6 und viel Scheiße. So, du sagtest ja mit viel Scheiße, ne? Nein! Ich bin schneller, wuuuuhh. Bäh. Was freudest du da hinten so lange? Hallo? Ihr sagte etwas von einem Nebel. Wenn dieses Ding gasförmig war, infiziert man sich schon durch bloßes Einatmen. Durch bloßes Fugchen. Alle auf dem Campus. Ja, aber warum ist es dann so still? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Tja. Gute Arbeit. Vielen Dank. Hm. Das guckst du. Nur guck, dass ich nicht ein Emblem finde. Okay. Da weißt du die Dinger stecken. Hm, das stimmt. Und wann das erste kommt vor allem. Hm, hier kann man rund rennen. Okay, du gehst da lang. Ich geh in die andere Richtung lang. Machst du jetzt schon wieder? Das war ich nicht. Oh, das wollte ich nicht. Also warst du doch, Helena. Ja, was denn jetzt? Liegt ein Kraut. Und noch nicht dran. Nice. Hau sie doch weg. Verschwemmt da nicht die gute Muni, die ich jetzt aufhebe. Wow. Kann ich, kann ich nachladen eigentlich? Viereck. Ne, kann ich nicht. Ich habe keine Muni. Ha! Du musst nicht so blöd rumschießen. Oh, guck mal, ich kann doch gerade auf den Tisch tanzen. Juhi! Ich habe ein Kraut. Ich habe keine Muni mehr bald. Ich habe noch zwei, ne, noch drei Kugeln. Wow. Ich habe nur noch 21. Kasse dich. Du hast auch kein Emblem gesehen, ne? Ja. Warte mal. Wir sollen runter. Ja, das ist doch klar. Warum uns wohl die Cutszen hier passiert ist und die Zombies hier aufgetaucht sind? Ja, aber hinten war eine Tür. Gegner sind immer da, wo wir lang müssen. Die wollten uns bestimmt nur zum Kraut lotsen. Übrigens, by the way, der erste Kugel ist in der Kugel. Ich glaube da ist ein reese Teil, wo man sich während des Zielens bewegen kann. Ansonsten muss ich nebenher mal still stehen. Ist das schlimm? Ja, hier kann man so ein bisschen auf einen Agenten machen. Freilach ja. Ja, okay, steh auf. Ich hab keine Muni mehr, wenn's mir Kugeln geben. Ah, ich hab Kugeln. Wollt grad sagen, da liegen ja welche. Vier Stück. Ach, dann brauchst du aber gar keine Kuh. Hoi! Geht als Funke. Komm mal. Hoi! Jetzt haben wir Skill-Punkte. Willst du die auch mal rutschen? Oh. Meinst du? Hoi! Oh Muni. Geil. Endlich. Noch ein Kraut, das solltest du mal nehmen. Okay. Ich hab ja schon. Echt? Hast du schon? Ja. Nicht. Irgendwo eben Kraut aufgesammelt. Weißt du auch nicht, wo es steht? Ha! Ist ja gut! Meine Güte! Wie? Zerflossen wie ein Käse. Der steht bestimmt nicht auf. Ach man. Bitte wirklich nicht. Gib mir was zu trinken. Ach man. Muss man nicht irgendwie gegen die Wand gehen? So lustig. Ne. Ne. Schade. Einfach nur ne. Ob es wohl Überlebende gibt? Ich hör einen. Der ist bestimmt ein Überlebender. Total. Nahtämpfer ey. Oh Munition. Schrot. Oder ist das für dich? Stimmt ja. Du hast ja am Anfang noch ne Pumpe. Stimmt. Ich hab ne Pumpe. Aber wie? Wasser. Ja. Ne. Mit welcher Taste denn? Na rechts. Wie rechts? Rechts drücken oder links drücken. Achso rechts. Rechts halt. Weißt du noch, so ein Messerkampf oder wieso hast du ne Pumpe? Einfach mal abgezogen. Ja bei Frauen ist da auch mehr Platz. Toll. Danke. Ich hatte es vorne drin, weißt du? Wo? Von wegen mehr Platz und so. Das musst du mir nochmal zeigen. Eine Pflanze. Ach hallo. Okay ich lass nicht mal, das macht so viel Spaß ne. Ah Fähigkeit konnte. Oh die ist ja richtig geil geworden ey sag mal. Was denn? Die ist richtig geil geworden hab ich gesagt so als sie sie gedreht hat sie so aaaah gemacht. Das meinst du? Geht hier jetzt weiter? Seht noch irgendwo was? Weiß ich halt nicht, wollte ich auch noch nachgucken, hier ist noch ein Nebenraum. Oder waren wir hier schon? Das sieht gleich aus alles. Ah. Hier. Hier liegt was. Hier waren wir noch nicht. Das bist du, Muni. Und ein kleiner Gegner. So hier. Guck. 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 Und hast jetzt langsam genug Muni? Hi. Ja ich denke schon. Ich hab 40. Ah hier liegt noch was. Fähigkeitsmutter zu vergessen aufzuheben. Ah. Ja ich guck mich grad hier ein bisschen an weil ich irgendwie so ein Kraut. Ein rotes. Ja. Wenn dir. Kannst du gleich mal kombinieren? Ähm. Stimmt. Hier. Ah so öffnet man das Menü mit Dreieck. Okay. Kombinieren. Kombinieren. Hey. Hey. Wirds hier wirklich alles? Glaube schon. Na gut. Nur weil du das sagst. Leon. Ah. Schneller. Hier lang. Leon. Ich kann jetzt nicht. Ich wollte auch aggro werden. Schade. Sie müssen zum Sicherheitstor um den Campus zu verlassen. Okay. Auf dem Weg dahin wimmelst du ja nur so von Zombie. Ist das okay. Komm. Du hast Spaß ne? Ach was war das denn? Was willst du denn kleiner? Hä? Achso der lebt ja gar nicht. Du hast mich angegriffen. Ich bin gesteifert überein. Der lag ein bisschen im Weg. Ach guck mal hier. Die sieht aus wie Liz. Du warst alles kaputt. Hier. Die hat gerade Probleme. Ah da oben. Die will dir was verkaufen. Du siehst das völlig falsch. Wahrscheinlich. Die arme Frau. Wenigstens konnte sie meine Füße schmecken. Wenigstens etwas ne. Wer wollte nicht immer Leons Füße schmecken. Ja Leons Slow Motion Renedys Füße sind die besten. Mhm. Rentnerfinger und so. Aha. Oh guck mal. Noch ein kleiner. Puschen. Oh guck mal. Sie freut sich auch schon. Yeah. Die hat die Beine so ganz lange in der Luft gehalten. Wie hat sie das denn gemacht ey. Ja. Der Leon kann das halt ne. Ich meinte sie. Achso. Die Zummelfrau. Ich glaub die wollte wir noch mehr werden. Lululululul. Hier kann ich irgendwie nicht rein. Warum kann ich hier hoch? Hallo. Ha. Was willst du denn? Für so Einzel braucht man echt keine Muni verschwenden, die kann man nicht so umhauen. Ja sag ich doch. Man müsste meinen, ihr könnt ja rein klettern. Aber... Es ist zu doof dafür. Steh mal. Ne, ich spring dir nur runter. Was? Umfragezeichen? Ne, von hier sind wir nicht gekommen. Hier können wir rein, auf jeden Fall. Es sind noch mehr von den Dingern, wenn man drauf kann. Da nicht. Ich kann jetzt nicht. Schneller. Schneller. Da liegt doch Zeit rum bestimmt. Schneller. Aha, ja. Was war das denn? Okay. Leon. Lassen Sie den Finger am Abzug. Man weiß nie, was einen erwartet. Okay. Sehr gut. Stehen die auf? Ne, aber ich habe das Gefühl, kommt uns nachher was durch die Scheiben. Weil guck mal, da außen steht was. Hm. Vielleicht sollten wir die schon abschießen. Ne, die kommen hinterher. Aber dann haben wir nachher weniger ab. Und die stehen bestimmt nicht nochmal auf. Guck mal, die machen da noch ein Spiel. Ah. Die wollten so hart trainieren und sind dabei gestorben. Training halt. Leon. Super. Schön. Hat keiner gehört. Ich fahr los nicht. Hannigan, die Tür ist zu. Wir kommen nicht raus. Ich hab's gleich. Einen Augenblick. Das sind so viele. Das schaffen wir nicht. Jetzt wissen wir, wo die Infizierten gesteckt haben. Wir wollen spielen. Wir schaffen es nicht. Oh nein. Wir schaffen es nicht. Wir töten sie nur alle. Oder. Was sagt ihr nicht? Was ey. Wie Anti noch. Wir hätten wirklich auf normal spielen können. Hier ist ja ein Punkt gesichert für einen College Campus. Allein da braucht ein bisschen Pause um es zu regenerieren. Niiiice! Brauchst du Sprengzünder? Sie ist Affen! Rasta! Los! Lange noch Sachen? Eine Überraschung nach der anderen. Nekno! Okay, die lassen mich nicht. Die haben mich nicht mal angesabbert. Ich war irgendwie verletzt, aber jetzt bin ich wieder geheilt irgendwie. Ja, das erste, wenn du ein bisschen angekratzt bist, das heilt wieder. Achso. Du hast auch diese Kästchen da, die Hapi. Stimmt. Ich hab das schon alles so lange nicht mehr gemacht. Ja, das wusste ich noch. Oh! Die Munition wahrscheinlich du jetzt aufgesammelt hast. Toll, danke. Ja, du hast mehr als ich. Dich hätten die ganze Zeit auch sammeln lassen. Ja. 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 Oh! Hi! Ach ja. Ah! Siehst du mal. Aber das mach ich mir besser. Ja. Ähm. Aber was ich doch für ein gutes Gedächtnis hab, ne? Alles untersuchen, ne? Aber wie du siehst, die können überall sein. Sie sind selbst in Schubladen. Helene. Ja, so heiße ich. Gut, dass du das weißt. Ja, ne? Na? Oh. Lass mich geraten, wenn ich jetzt den Schlüssel nehme. Hör! 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 Ich könnte sagen, ich hab's gesagt, aber... Du hast es gesagt. Du bist verletzt. Vor allem, die haben dir einen Kästchen abgenommen. Ich schiebe dich. Du bist verletzt? Ich bin halt nur ne Frau, ne? Ha! Meine Güte. Sag dir, die stehen bestimmt nicht nochmal auf, ne? Wo ist der andere? Oh, schon weg. Sieht aus wie ne Blendy hier, aber ich kann's nicht nehmen. Ne, ist auch keine. Na? Ach man. Einmal nicht. Lea, das ist traurig, dass kein Zombie aufsteht hier. Ja. Nix zu tun. Wie ein Sprach. Schön. Mein starker Beschützer. Ja. Na? Ach komm, du stehst doch... Ich wusste doch, dass du aufstehst. Da! Friss! Ich hab ein Messertratsel noch. Komisch. Hey! Hm! Du machst doch eh nur Nahkampfmanöver. Ja, viel. Ja, ich wusste es doch. Lass mich los. Lass meinen Partner in Ruhe. So. Ich glaub auf irgendeinem Spiel, ich glaub, wer ich jetzt tatsächlich verletzt, aber so nicht. Draußen stellt wieder Besuch. Die wollen wieder was. Komm mir raus? Komm mir raus? Komm mir ganz schön einen Eintrittsenbrech. Na. Ja. 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 Ich find' zu mir. Guck mal, der auch. Ha! Hıh! Danke für die Flasche. Du Flasche! Ja. Ich hab vorhin mit Talendern mal jemanden um ne Stange aus der Hand genommen und ihn damit zerstückelt. Aber so was machen die ja öfter, wenn die Gegner Waffen haben. Hmm. Ha! Ha! Ah! Ha! Jetzt brauche ich kurz Power, um mich nur ein bisschen zu erholen. Da ist nichts drauf, aber hier ist ein Kraut, ein grünes und hier ist noch ein rotes. Willst du die mal haben, dass du kombinieren kannst beide? Kann ich machen. So oft, wie ich hier verletzt werde. Äh, kombinieren. Zurück, Viereck, rechts. Ja, aber das wird doch jetzt kombinieren. Ja, kannst du natürlich auch draufdrücken, wenn du das so machst. Ja, siehst du? Aber ich bin. Aber warte mal, das war doch so, dass man die Dinger in die Pillenbox schmeißen musste. Mhm. Da habe ich jetzt das hier. Genau. Jetzt habe ich sechsmal Erste Hilfe. Na, was, wie? Jetzt das anklicken. Okay. Ja, anklicken. Und dann kannst du das im Behälter lagern. Du hast doch deine Pillendose. Weiß ich gar nicht mehr. Es war hier so, dass du aus den Kräutern einfach dann sechs Häufchen gemacht hast. Und die kannst du dann halt in deine Pillendose lagern. Und wo ist dieser Behälter dann, dieser Pillendose? Mit R2 heile ich mich also jetzt, oder was? Oh. Ist aber gleichzeitig nicht gut, weil damit kann ich doch auch reden. Ach, egal. Ein bisschen. Gute Arbeit. Wo bist du? Ich bin hier vorm Tor. Aber wir müssen doch hier lang, oder nicht? Laut meinem Scanner müssen wir hier lang. Ja, laut meinem Scanner müssen wir hier lang. Hier ist auch die Karte. Wo wir zuerst ziehen müssen. Hier. Sag dich doch. Schneller. Das habe ich doch gesagt. Du hast irgendwie erst mal woanders. Ne. Doch. Ach. Der Teildetektor. Wie kommen wir drum rum? Wir legen unsere Pistolen ab. Kann nicht drauf. Man kann nicht drum rum, glaube ich. Deswegen bin ich einfach durchgedaufen. Oh, wer hat eine Axt? Er hat sich doch schnell reingesucht, ey. Da habe ich die Axt behalten. Hier hat jemand drum rum gekonnt. Und zweitens. Hey, Lenn. Hey, Lenn. Dann komm, lass mich. Dann komme ich mit. Hey. Hier liegt nichts. Nur noch eine Schubladen vielleicht, die man öffnen kann. Ja, da noch. Okay, glaube ich. Oh ja, das ist schon richtig. Okay. Hier liegt wirklich nichts. Die nächste rechts. Sie sind fast da. Laufen Sie. Jawohl. Was war das denn? Hier war einer. Wo lang? Genau, da lang. Durch die Mäuse. Ja, klar. Oh ja. Much. Ich bin jetzt hier. Fingstall. Ich stirbt da nun wieder. Ach, fack. Hä? Hä? Bro! Es gibt zwei Gegner. Blau, komm! ich glaube wir haben einen fluchtwagen das ist kein schlüssel ich suche ja vielleicht im handschuhfach im kino sieht sowas immer viel einfacher aus scheiben wir scheiben ja lies mich halt nicht ich muss die sachen du bist mir ein beifahrer Angeschnallt, mehr nicht. Festhalten! Den Campus hätten wir. Jetzt müssen wir noch durch die Stadt. Ohne getötet zu werden. Hallo! Was fasst du denn? Wir haben ein Auto fährt. Genau! Es hält nicht lange. Mist! Leon, Helena, ist alles in Ordnung? Helena? Es geht schon. Aber wie kommen wir jetzt zur Kathedrale? Na ja, es gibt dann noch einen unterirdischen Weg. Die Abwasserkanäle. Toll. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh, danke. Gut. Ach, danke. Er sagt nicht mehr sehr schön. Schade. Wo ist das warm? Gut. Ich würde sagen, dann machen wir hier eben, ja, dann machen wir hier eben kurz einen Cut mitten im brennenden Nirvana. Ja, hier schön beim Grillen, ist doch schön gemütlich. Dank. Schön, wo die Autos am Brennen sind und die Zombies folgen uns aber, aber egal. Dann sollten wir dann Pause drücken. Ja, sollten wir. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mal sehen, dass Leon wieder was kaputt macht. Was? Und, ähm, du hast das selber gesagt. Wenn dir was passiert für Leon ein Auto fährt, genau, es geht kaputt. Das liegt aber nicht an Leon, das liegt am Auto. Er hatte immer nur die falschen Autos. Das war in Resi 2 so, das war in Resi 4 so, das war in Resi 6. Er macht einfach alles kaputt. Alles klar. Na gut. Bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei und bis dahin macht's gut. Ciao. Bis dann.